Sass Leute, hier ist Rayset und willkommen zurück zu Happy Wheels. Ähm, schrumpft es oder wird es grösser? Blinken die schwarze Kreise. 3D Hütchen. Das fehlende Dreieck. Wellen. 3D Rohr. Oh Gott. Unmögliche Würfel. Ja, kennt man halt. Tunnel oder Pyramide. Ja, wenn ihr das machen wollt, müsst ihr es selber zocken. Ich will jetzt nicht ewig stehen. Weil ich will lieber Level, bei denen man was machen muss. Ähm, ich hab mal Bock auf den Ropeswing. Da hab ich nicht... Ach, geil. Hatte ich nämlich noch gar keins in allen Menteilen. Problem ist, das Restart wird mir nicht gescheit funzt. Da muss ich immer hier runter klicken. Kann ich das so machen, dass es immer wieder da ist? Ich weiß noch nicht mehr, was ich machen muss in dem Level. Oha! Geil. Awesome. Geil. Wasser Level. Nee, das... Slender the Movie. Das klingt doch viel interessanter gleich mal. Das spielt jetzt aber nicht einen Film ab, oder? Bitte sag mir nicht, dass du einen Film abspielst. Bitte sag, dass ich hier was spielen darf. Das ist so defective. Ah! Wtf? Ah! 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 Was zum Teufel ist das? Ah! Was zum Teufel ist das? Ah! Was soll denn das? Ist das cool gemacht? Aber ich will... Ich... Ups. Ich will Level zocken. Also wer Bock hat, der soll das Level selber zocken. Ich gehe nämlich lieber zu Leveln, bei denen man was machen muss. Also bis jetzt ganz nices Rope Swing Level. Was ein Auto. Und ich bin nicht gestorben. Ja, war ganz nices Rope Swing. Das Rope Swing. Das Rope Swing kann auch nicht fehlen. Da bin ich ja so gut. Ah! Ich bin echt awesome! Double Kill. Oh! Und ich nehme den OK-Typ noch mit. Und Chuck Norris killt den Ninja. Wie viel Schwerter? Drei? Nein, vier. Oh! Fehlt nur noch eins. Einen Self-Kill. Einen Self-Kill. Wetten, den schaffe ich nicht. Einen Self-Kill schaffe ich echt nicht. Job, ich bin zu behindert von den Self-Kill. Nehmen wir noch einen Rope Swing. Ja, aha. Oh, mein Fuß! Ich hätte es sogar noch schaffen können mit einer Abkürzung. Okay. So weit, so gut. Schön. Ja, das ist nicht so schwer. Es sind ganz gute Rope Swing Levels und so. Hm. Nehmen den Ballfall. Sind ganz... Ich hoffe, dass ich für den Ballfall den Pogo tue. Typen nehmen soll. Oder ist das eine andere Art von Ballfall? Das ist ein riesen Ballfall. Dann sollte ich wahrscheinlich nicht mal unbedingt die nehmen. Ich weiß ja nicht, was noch so kommt. Oh, 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 oh. What the fuck? Bin ich auf so eine Stachel lande, bin ich tot. Aber es klappt. Bis jetzt ganz gute Le... Le... Und nicht so schwer. Arena Fight 3. Ah, okay. Ich muss das anscheinend überleben. Wer zum Teufel hat dieses Why geschrien? Nein. Ja. Ah, das ist der oder sie oder was auch immer das ist. What the fuck? Haus... Pferd... Kavallerie. Nein. Nein. Ich war fast beim Final Boss. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Ich explodiere einfach ohne Grund. Lol. Oh mein Gott. Ich hatte so ins Unendliche beschleunigt. Weil die mir da drangehängt ist. Aha. Messer ins Gesicht muss kein Tod zuursachen. Was? Mann. Ich komm nicht mehr zum Elf. Irgendwie glitscht mein Fahrrad ein bisschen. Ich bin ein verholtrer Alarm. Zu viel Müll dabei. Och, komm. Der hätte mich nie erwischen können, hätte ich nicht so viel Müll dabei gehabt. Und jetzt nehm ich... Jetzt nehm ich... Jetzt wird ich gekillt schon bei Stufe 2. Okay. Jawoll. Oh mein Gott. Nein. Der dritte. Oh, nein. Oh, Gott. Ich will noch einmal den Boss versuchen. Aha. Stich mir den Penis ab. What the fuck. Diesmal habe ich kein Müll, sondern ein Schwert dabei. Doch, den Müll habe ich auch wieder. Mann. Egal. Das Level ist ja danach eh vorbei. Mach ich lieber noch ein paar mehr. Fußballspiel. Wait for screen. Ja, und jetzt? Was? Oh Gott. Das war schweiz. Aber dieser Game over screen ist geil. Oh Gott, wieso hält die den? Yes! Weißt zwar nicht, wie ich das Tor geschossen habe, aber egal. Easy Bottle Run. Ja, das war easy. Noch ein Rope Swing. Heute hauen sie aber die Rope Swings raus. Oh! Oha! 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 Dazu brauche ich ja wohl nichts sagen. Oha! 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 Nun soll ich? Ja, so geht's auch. Puh, ihr habt zwar das Ballfall, was am Ende noch gekommen wäre, verpasst, aber egal. Ninja Sword Freeze. Äh. Yes. Ich weiß, dass ja nur noch das Sieg-Signal kommt. Pogo Step. Das ist so wieder ein Pogo-Jump-Level. In denen ich mich immer so wenig blamiere und so. Man sieht schon wieder Talent pur. Übrigens, falls jemand wissen will, was im Hintergrund läuft, ist vom allerersten Donkey Kong Country der ganze Soundtrack in der Playlist gedownloadet. Okay, bei WoW bin ich schon mal. Awesome. Und Winner. Ah, das war ziemlich leicht. Nehmen wir noch einen Ball-Throw. Aus Prinzip den Jet-Powered Bitch-Slab. Der musste sein, weil ich wissen wollte, was das ist. Alter, was geht eigentlich mit meinen Beinen? Nein, fang es! Lol. Der Jet hat gefailt. Oh, trotzdem tot. Melone. Ja. Mhm. Und der Jet fällt wieder. Ein Schrei. Ich brauche nicht noch einen Jet. Noch mehr Bälle. Der Sieg. Schön. Läuft bei mir. Und dann machen wir noch einen Face-Creator. Und dann war's das. Willkommen zum Face-Creator. Gesichtsfarbe. Ich nehme gelb. Aha. Das Gesicht. Geil. Jetzt hänge ich hier fest. Ähm. Kappe oder Haar. Da. Meiner kriegt so einen Hut. Stopp. Was soll denn das? Mit dem Felic-Steinhut. Okay. Ein bisschen warten. Und dann sollte da ein Gesicht sein. Irgendwo. Tada. Oha. Was ist das? Hm. GTA 5 oder PewDiePie, Chris? Ich habe mehr Bock auf GTA 5. Ja, fertig. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen, ein Abo da lassen oder das Video zu den Favoriten hinzufügen. Ich finde es auf jeden Fall immer wieder nice, wenn ich... Ähm... Pizza Pie Games heißt der Typ. Deswegen PewDiePie. Ah, okay. Ja, ähm... Ich finde es immer nice, ein bisschen Happy Wheels zu zocken. Es ist Abwechslung, weil es ein ganz witziges Game ist. Ja. Was ist gerade explodiert? Okay, ich bin gerade gestorben. Mein heißes Kopf ist abgefallen. Ja. Dann würde ich sagen... Ja, ich würde sagen, das war es einfach mit der Folge. Wenn ihr mehr Happy Wheels wollt, dann zocke ich auch mehr. Also schreibt es einfach. Und ja, sonst kommt es halt einfach so immer zur Abwechslung mal. Also, Servus Leute. 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 Servus Leute.